Heute fahren wir mit der ganzen Familie in den Urlaub. Kommt schon, kommt schon, wir sind am Flughafen. Kommt schon, Jungs. Vlad, nicht einschlafen, lass uns gehen. Oh nein, wo müssen wir hin? Vlad, lass uns gehen. Oh, Zeit für eine kleine Pause. Oh, da geht's lang. Die sollten pünktlich sein. Ja. Oh, danke schön. Vlad hilft, sehr gut. Mami, wach auf. Vlad, schau mal hier. Komm schon, Niki. Ja. Oh nein. Bist du bereit? Oh ja. Schau mal, die Insel da unten. Oh, schau, wie klein die Insel ist. Das ist unsere Insel. Wir landen auf einem Segelboot. Cool. Kinder, na los. Cool. Vlad, du bist der Erste. Niki, pass auf, wo du hintrittst. Juhu. Die haben einen Sportwagen. Setz dich nach hinten. Wow, halt deine Geschenke fest. Dankeschön. Und Blumen für Mama. Papi, schau mal, was hier drin ist. Eine Zeitschrift über Haie. Cool. Wir wohnen in zwei nebeneinanderliegenden Häusern. Lass uns zum Haus gehen. Oh, es gibt ein weiteres Stockwerk. Lass uns nach oben gehen. Niki, komm schon. Es ist so cool. Oh, wir haben ein Bett. Eine Hängematte. Bitte, kommt rein. Vlad, zeig uns dein Zimmer. Gewinner Vladislav. Gewinner Nikita. Das ist für Niki. Das ist für Vlad. Schau, hier ist noch ein Zimmer. Yay. Niki, willst du hier schlafen? Und was haben wir hier? Ah, eine Regendusche. Cool. Wow, wer geift mich an? Wir sind Geister. Niki, Niki, was machst du denn? Ein Skelett in Hausschuhen. Schau nur. Oh, ich hab Angst, ich hab Angst. Hast du Bonbons? Ich hab keine Süßigkeiten, nein. Gib mir Bonbons. Nein. Lass uns zum Strand gehen. Eins, zwei, drei, los. Kletter hoch, Vlad. Juhu. Juhu. Eins, zwei, drei, los. Vlad fährt zum ersten Mal Wasserski. Juhu. Wow, Niki, das ist ein großer Lutscher. Lass mich mal probieren. Ich werde dir nichts. Nein, das ist meiner. Vlad, lächeln. Cheese. Niki, wie geht's dir heute? Es geht mir gut. Was können wir machen? Auf einem Jitski fahren. Wow, tolle Idee. Okay, unser Team ist bereit für ein bisschen Spaß. Juhu, juhu. Juhu, juhu. Oh, yeah. Nun werden wir eine Yacht haben. Hier, Niki, leg los. Sei vorsichtig. Was haben wir denn hier? Das ist eine große Kabine. Oh, schau nur, hier gibt's einen Fernseher. Lass uns nach oben gehen. Wow, was für ein toller Ausblick. Brum, brum, brum. Niki, du bist ein echter Schiffskäpt'n. Habt ihr schon mal Delfine gesehen? Oh, ja. Und du, Vlad? Ich hab noch nie Delfine gesehen. Hoffentlich sehen wir jetzt welche. Willst du dich entspannen? Ich bin schon entspannt. Schau, da hinten. Das sind Delfine. Wow, 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 wow. Oh, hast du das gesehen? Oh, sie sind so cool und so wunderschön. Schau nur, das sind so viele. Das sind so viele, das ist unglaublich. Wundervoll. Wow, sie schwimmen alle zusammen. Oh Gott, ich hab noch nie so viele Delfine gesehen. Wusstet ihr, dass sie den Menschen ähnlich sind? Ja, ähnlich wie Menschen. Blatt, willst du angeln? Nun haben wir eine Angel. Komm schon, komm schon, komm schon. Juhu, Fisch. Absolut, welcher Fisch ist es? Hast du das gesehen? Juhu, das ist ein Fisch, ja. Glückwunsch. Schaut mal, Vlad und Niki fangen Fische. Niki, geh du zuerst. Komm schon, komm schon. Niki, du zuerst. Toller Fisch, Jungs. Oh, yeah. Hey. Hey, you. Wir sind in diesem Land. Niki, stopp, ich krieg dich. Ach, nein. Was? Huhu. Schau mal, hier sind noch einige Inseln. Neue Inseln, schaut. Kommt schon, Jungs, das ist eure Insel. Vielleicht finden wir hier sogar einen Schatz. Ja, wir sind Piraten. Na, kommt schon. Na, kommt schon. Hallo, alle zusammen. Papa, warte, wir wollen graben. Kann ich meine Wässe anziehen? Schau doch nur, wie viel Sand es hier gibt. Wer ist schneller? Warte, ich will auch. Ah, ah, ah. Oh, ja, ah, 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 ah Bis zum nächsten Mal.